Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen diesem Freitag, dem 17. September 2021. Ihr hört die Geek Talk Daily 1084. Und heute starte ich gleich mit den folgenden Themen. Apple Care Plus, ColorOS 12, Router, Ikea, iOS 15 und iPadOS 15. Was haben wir da Schönes? Nicht nur neue iPhones und iPad Minis etc. wurden vorgestellt. Auch nebenbei, Deutschland zumindest, kam online die Apple Care Plus, also das Angebot Apple Care Plus. Apple Care ist ja eine erweiterte Garantieleistung, dass wenn was passiert, Beschädigungen etc. Zwei Reparaturen sind da inkludiert. 29 Euro bei Schäden vom Display, des Glases auf der Rückseite und 99 Euro, wenn man unabsichtlich irgendwelche Beschädigungen herbeigeführt hat. Das Ganze gibt es in Amerika schon länger und jetzt eben hier in der Apple Care Plus Version. Das heisst, es ist zusätzlich zu dem oben genannten jetzt neu auch für Diebstahl und Verlust und wie sich das da auseinandersetzt, respektiv was man da bezahlen darf, wenn das passiert. Auch zweimal im Jahr darf das passieren, in Anführungs- und Schlusszeichen. Die Beiträge sind verlinkt auf daily.geektalk.ch und oder im Podcatcher eures Vertrauens. Dann hat gestern, wie angekündigt, endlich Oppo sein neues ColorOS gezeigt. ColorOS 12, für all diejenigen, die nicht wissen, was das ist. ColorOS ist der Aufsatz von Oppo, den sie über Android knallen, sodass es ausschaut wie ein Oppo-Smartphone und nicht wie ein Android. Oder, ja, in Ansätzen. Ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Das hat einiges, vor allem viel Buntes und viel Aufgeräumtes mitgebracht. Es bringt ein bisschen mehr Sicherheit und Datenschutz. Man bekommt wie bei Apple die Möglichkeit, dass man sieht, welche App auf die Kamera, auf das Mikrofon oder ein Standort zugreift. Man bekommt auch sonst noch ein paar andere Geschichten, vor allem schöne Optik und es kommen Omojis. Wer jetzt da an Memojis von Apple denkt, ist da nicht weit daher, denn es ist das Gleiche mit AI. Angereicherte Avatare von eurem Kopf oder auch Tieren, die euren Kopf imitieren etc. All das Zeugs gibt es da jetzt auch. Was heisst, jetzt die Beta-Version kommt und jetzt sind wir wieder in China im Oktober für gewisse Geräte ab November. Und wann das Ganze denn final für alle kommt, wird sich noch zeigen. Vor allem, guter Tipp, wenn ihr im Netz irgendwo was lest von ColorOS Updates, bedenkt immer, die meisten der Schreiberlinge schreiben da was über die China-Release-Termine und nicht die, die wir hier in Europa haben. Weiter geht's mit Routern des Herstellern MikroTik. Falls ihr so einen habt, die kommen übrigens aus Lettland, glaube ich, also Osten, da oben, bisschen nördlicher Osten, dann solltet ihr das Teil unbedingt vom Strom nehmen, vom Netz nehmen und einen anständigen Fritzbox, also einen anständigen Router kaufen, Fritzbox zum Beispiel, Netgear etc. Denn die Dinger sind seit 2018 bekannt, dass sie offen sind für Angreifer, die sich darauf platzieren können. Mit der letzten Firmware-Update im 2018 hat man etwas ausgebügelt, aber dann ziemlich schnell bemerkt, dass das eben nicht geholfen hat. Und somit sind Millionen von solchen, übertrieben, 250.000 solcher Router nun betroffen und zusammengeschlossen zu einem riesen Bot-Netzwerk, welcher regelmässig irgendwelche DDoS-Attacken auf andere Systeme machen. Zum Beispiel der russische Internet-Riese Yandex, mein Gott, was für ein Zungenbrecher, wurde damit angegriffen mit 17,2 Millionen Anfragen pro Sekunde. Und da zwingt man halt gewisse Rechner schnell mal in die Knie. Also Augen auf bei der Routerwahl, haltet die up-to-date und eben kauft was Schlaues, würde ich doch mal behaupten. Dann gibt es Neuigkeiten von Ikea. Diesen Frühjahr haben wir schon mal darüber gesprochen, denn sie bringen ja neue Hardware, und zwar Gaming-Hardware. Das haben wir damals schon angekündigt, dass das im Herbst kommen wird. Jetzt ist es bald soweit. Zusammen mit Asus, also Asus Republic of Games, Asus ROG, bringen sie Tische, Stühle und, was waren noch, Mäuse? Ich weiss nicht mehr. Auf jeden Fall heissen die neuen Produktserien, Ne, ich fange nicht an, sonst nicht Spanisch. Schwedisch. Hufterslare, Uteplare, Matschspel, Grubsel, Absel und Land... Es ist morgen früh. Und eben Schwedisch. Ikea, ich brauche den Schwedisch-Kurs. Auch habe ich euch noch zwei Artikel verlinkt, wo drin steht, ab wann euer iPhone das iOS 15 Update bekommt, wann ist nämlich die nächste Woche und welches dieser iPhone-Modelle das ist. Grundsätzlich, für all diejenigen, die nicht draufklicken möchten und es sofort wissen möchten, ab dem 6S geht es aufwärts und all die bekommen das Update ausgespielt. Der zweite Artikel, da geht es um iPad OS, also das OS-Update für die iPads von Apple und auch da geht es schon relativ früh los. Am besten klickt ihr doch mal in den Shownotes auf den Link und oder im Podcatcher eures Vertrauens und lest es nach, sofern ihr überhaupt ein iPhone habt und es euch interessiert, logischerweise. Das war es mit den Neuigkeiten für heute, am Freitag. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen letzten Tag in dieser Woche, in dieser Arbeitswoche, ausser wenn ihr wie ich auch am Wochenende arbeiten dürft, dann natürlich ein schönes Arbeitswochenende und oder was auch immer. Ich freue mich, wenn ihr wieder mal reinhört. Bis bald. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.